Moin und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Kingdom Classic, dem Königssimulator. Meine Damen und Herren, wir haben es bereits geschafft, ziemlich steile Ländereien aufzubauen. Allerdings, am Ende der letzten Folge ist etwas passiert, was nicht hätte passieren dürfen. Unsere Reihen wurden durchlöchert und die gilt es jetzt zu stopfen. So Jungs, äh genau, bitte bau das Ganze mal wieder ein bisschen auf hier. Und zwar brauche ich jemanden, der hier links alles wieder ein bisschen repariert. Und, Kollege, hier. Ah, jetzt muss ich die auch wirklich komplett wieder rekrutieren. Oh, was ist jetzt hier gerade passiert? Alter, das kostet ja richtig viel. Das kann ich mir momentan nicht leisten. Es gilt jetzt erstmal ein bisschen darauf zu achten, alles auszustatten. Und vor allen Dingen zu sichern. Aber wie mache ich das ohne Kohle? Ich habe zwei Gold. Hier vorne haben wir extrem viele Bogenschützen. Ich brauche aber unbedingt noch neue Leute. Wir gehen raus in die Wildnis. Hier ist doch ein armer Willi. Hallo. Komm zu mir. Und dich werbe ich auch nochmal an. Das Portal ist aus. Warum ist das nicht aktiviert? Ich weiß nicht, ob das gerade gut ist, so weit rauszulaufen. Aber egal, ich probiere es einfach. So weit können wir unsere Ländereien erweitern? Das gibt es doch nicht. Hier ist auch noch ein Lager. Sogar ein bewohntes. Oh, oh. Ich glaube, ich muss zurück. Nicht, dass plötzlich Nacht ist. Da ist das Portal. Nicht, dass das jetzt gleich angeht. Ey, wenn ich jetzt sterbe. Das wäre richtig dumm. Komm schon, Sprinte. Jawohl. Uh, wir sind wieder zurück. Denn ich glaube, die Nacht, ja, sie ist angebrochen. Es scheint aber alles ruhig zu sein. Die Verteidigungslinien stehen. Hier haben wir jetzt auch mehr Bogenschützen. Moinsen, Jungs. Ich gehe mal hier ein bisschen weiter. Hallo? Okay. Alles clear. Der Mond geht auch schon so langsam unter. Das bedeutet, neuer Tag bricht an und dann gibt es wieder Kohle. Jawohl. Der nächste Tag. Es ist schon Tag 7. Jetzt muss es doch ordentlich Coins geben. Jawohl. Die werde ich einfach mal hier investieren. Ich weiß nämlich überhaupt nicht, was das ist. Jetzt wird hier wieder gebastelt. Haben wir denn jemanden, der gerade noch ein bisschen... Ja, da ist er doch, Alter. Er sprintet nach hier vorne. Ich weiß auch nicht, wonach das aussieht. Also, da sind ein paar Leitern. Ich bin gespannt. Noch ein Katapult? Was will ich denn mit noch einem Katapult? Ich glaube, ich habe eine Idee. Und zwar muss ich unbedingt... Oh nein, ich muss noch jemanden rekrutieren, damit der Arbeiter wird. Dich nehme ich mal. Da müssen wir wirklich auf den nächsten Tag warten. Weil die Leute schießen keine Kanägel mehr ab. Bedeutet, ich bekomme nicht zusätzlich Gold. Ich muss die ganzen Bäume abholzen, damit ich keine Kanägel bekommen. Ansonsten bin ich, glaube ich, ganz schnell Game Over. Weil dann kann ich hier ein bisschen weiter nach links expandieren. Wo vielleicht auch Tiere sind. Oder auch nicht. Die Nacht ist da. Und er steht da. Mit seinem blöden Katapult. Der ist doch völlig verrückt. Aber warum werden wir nicht angegriffen? Das verwirrt... Doch, wir werden angegriffen. Hier auf der Seite. Jungs? Alter, wie viele da kommen? Jawoll! Ey, dieses Katapult ist ja mega gut. Alle eliminiert. Kriege ich für euch Coins? Nee. Linke Seite? Ist safe. Und der Typ arbeitet nachts an seinem Katapult. Sehr gut. Nee, wir wurden hier angegriffen. Oder was ist das hier unten? Ist das nicht eine Leiche von irgendwas? Tag 8. Neue Coins. Sehr gut. Dann sollte ich jetzt unbedingt noch einen Arbeiter mir holen. Jawohl. Da ist jetzt ein Hammer. Und dann brauche ich noch einen Dude. Du einmal. Du kommst auch mit. Und dann sollen sie hier unbedingt das abreißen. Den hier. Ja gut. Mehr Kohle habe ich auch nicht. Und ich muss links unbedingt Mauern errichten. Weil das Katapult steht da komplett schutzlos. Jawoll. Da kommt er angelaufen. Schneller. Komm. Mein Harald. Der schubst dich. So. Schnapp dir den Hammer. Und dann ab an die Arbeit. Hä? Wo läufst du hin? Du sollst doch die Bäume abholzen. Ach. Der repariert hier. Jo. Ist vielleicht nicht dumm. Aber jetzt steht er da nur rum. Hier. Die Dinger müssen weg. Oh nein. Ich glaube es wird schon wieder Nacht. Ich kann hier nichts machen. Hier stehen jetzt auch beide Bauarbeiter dumm rum. Oh oh. Sie ziehen sich zurück. Und beide Arbeiter chillen einfach ihr Leben. Gibt es schon Angriffe? Ne. Hier ist alles safe. Oh Gott. Die beiden Deppen stehen da rum. Ich habe sie schutzlos ausgeliefert. Jungs. Ja genau. Lauf zurück. Oh nein. Einen hat es erwischt. Leute. Das sieht nicht gut aus. Macht den platt. Macht den letzten platt. Jawoll. Links ist safe. Wie schaut es rechts aus? Oh. Rechts gab es auch auf jeden Fall einen Angriff. Hier habe ich noch mal ein bisschen. Gold bekommen. Warum auch immer. Aber ich glaube wir haben es überlebt. Jawoll. Baut das nochmal schön auf. Jawoll. Tag 9. Hui. Jetzt haben wir aber ordentlich gerade was bekommen. Ich werde jetzt links ein bisschen ausbauen. Genau. Hier kommt jetzt ein Bogenschütze hin. Ansonsten könnte ich hier noch die Bäume abholzen lassen. Das mache ich glaube ich mal. Jawoll. Jetzt machen sie das auch. Jetzt wird hier schön abgeholzt. Dankeschön. Jetzt kann ich bei dem Stein was errichten. Hier vorne auch. Ja. Hier auch. Perfekt. Dann haben wir das hier richtig schön erweitert. Hä? Da wurde jetzt glaube ich meine Flagge noch gehisst. Dann werde ich hier mal ein bisschen was investieren. Und die Bäume abreißen lassen. Mein Haupthaus kann ich nicht erweitern. Ansonsten könnte ich hier nochmal drei Gold investieren. Macht aber nicht ganz so viel Sinn. Oh. Ja. Die haben wieder Gold für mich. Aber hier wird trotzdem nichts abgeholzt. Ich glaube ich hole mir nochmal einen Arbeiter. Zack. Und dem gebe ich direkt einen Hammer. Erstmal hier. Ein Typ mit einem Hammer. Oh. Das hier sieht. Ah doch. Das sieht ein bisschen. Läuft. Kommt der zurück? Nein. Ich brauche ein Gold. Hast du ein Gold für mich? Du? Ja. Hier liegt ein Gold. Perfekt. Jetzt werde ich erstmal das hier ausbauen. Jawohl. Der baut das hier auf. Da kommt noch ein Bogenschütze hin. Das ist wieder Nacht. Wie geht es hier ab? Wow. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Sie greifen an. Jungs. Jungs. Kararo. Ne? Oh Gott. Alter. Was die für ein Attack Speed mittlerweile haben. Leute. Vielleicht brauche ich bald ein paar neue Bogenschützen. Jawohl. Komm Bro. Komm wieder zurück. Das war nicht gut. Dass der noch so lange draußen gearbeitet hat. Hier gab es keine Attacke. Hier ist sogar wieder ein Hase. Das bedeutet es kann gejagt werden. Ja. Der nächste Tag. Perfekt. Dann werde ich das hier direkt mal abholzen lassen. Zack. Ja. Einfach direkt bis zum Lager. Das schnappe ich mir auch nochmal. Weil ich sollte doch hier gleich wieder Gold zurückbekommen. Yes. Und für die Dinger auch. Dankeschön. Dann werde ich mal probieren. Links nochmal was zu verstärken. Oder. Warte mal. Als nächstes wird bestimmt links angegriffen. Der hat nochmal Gold für mich. Wir haben gerade ganz gut Vorräte. Und auch noch ein paar Leute. Die ich ausbilden kann. Aber meine Katapulte wurden zerstört. Oh oh. Das ist überhaupt nicht gut. Dann schnappe ich mir einfach nochmal ein paar Bogenschützen. So. Zwei nochmal. Dann werde ich das hier einmal ausbauen. Ich hoffe da kommt jetzt nochmal schnell einer. Oh oh. Das liegt nämlich. Doch er läuft nach links. Ach krass. Ich glaube das Lager ist weg. Tatsächlich. Weil wir hier alles gerodet haben. Oh oh. Sie laufen aber wieder zurück. Das sollten wir auch tun. Nochmal ein bisschen Gold für mich. Oh. Da kommen sie. Und es ist tatsächlich nur einer. Die laufen da einfach dran vorbei. Ach krass. Ja gut. Aber das sieht echt nicht gut aus. Die werden das einreißen. Wow. Oh Gott. Jungs. Es fehlt einfach das Katapult. Jetzt kommt da ein Arbeiter. Aber das werden wir nicht mehr schaffen. Komm schon. Ich brauche unbedingt. Oh Gott. Sie gehen immer weiter rein. Meine Leute werden besiegt. Jungs. Ihr müsst das jetzt machen. Das ist die letzte Bastion. Oh Gott. Sie klauen das Gold. Nein. Das war es. Ich wurde besiegt. Es ist der nächste Tag. Hier. Nimm mein Gold. Was soll ich tun? Er verfolgt mich immer weiter. Ist er noch da? Ne. Er ist weg. Oh Gott. Mein Königreich. Ich glaube es wurde besiegt. Da ist noch einer. Ihr lebt. Jungs. Jetzt mal ehrlich. Euch gibt es ja noch alle. Ich muss unbedingt was in den Katapult investieren. Da geht kein Weg dran vorbei. So. Das mache ich. Und dann werde ich hier auf jeden Fall einen rein investieren. Oh. Hier sind viele Hasen. Mir fehlt aber einer für den Bogenschützen. Habt ihr was? Bitte. Nein. Ihr beiden? Nein. Und hier wird es nichts für mich geben. Da ist nämlich nur das Portal. Dann brauche ich einen von der linken Flanke. Ihr seht doch so aus, als hättet ihr Gold. Auch nicht. Du? Bitte? Ne. Du jagst scheinbar nicht. Dann möchte ich gerne, dass das hier abgerissen wird. Zack. Der arme Arbeiter. Ich hoffe, er schafft das noch rechtzeitig. Oh oh. Ja. Ast rein. Und schnell wieder zurück. Okay. Der Bogenschütze läuft nach links. Aber es wird doch bestimmt dieses Mal rechts angegriffen. Oh oh. Hier ist kein Angriff. Der Mond ist schon fast untergegangen. Oh. Es war ruhig. Jawohl. Und der jagt jetzt sogar wieder ein paar Hasen. Hui. Das waren aber geile Geschenke. Danke. Alter Schwede. Ich weiß nicht, was es ist. Und es ist vielleicht dumm, das zu tun. Aber ich werde das jetzt hier investieren. Kein Plan wofür. Aber vielleicht ist es wichtig. Es kommt ein Arbeiter hin. Was ist das? Ernsthaft? Eine Mühle? Dafür habe ich jetzt gerade meine letzten Coins hier ausgegeben. Ja. Aber hier kriege ich noch was. Hui. Jo. Das wird ausgebaut hier. Bei uns läuft. Ich glaube, das hier war das letzte Mal ja unsere Schwäche. Hier könnte ich auch noch jemanden hinschicken. Da werden die vielleicht früher schon abgefangen. Danke. Noch ein Wachposten. Hier kann ich auch noch was errichten. Nee, doch nicht. Dazu müsste ich das hier einmal abreißen lassen. Aber es ist schon wieder viel zu spät. Das müssen wir am nächsten Tag machen. Jungs, haltet euch bereit. Es könne gleich wieder fruchtig werden. Ich habe noch zwei Leute. Dann macht mal einen auf Bogenschütze hier. Oder? Oh Gott, hier wird angegriffen. Jawohl. Ey, diese Dinger sind richtig gut. Also die Katapulte. Also ich glaube, ohne die hätte ich ganz, ganz große Probleme. Das bedeutet, ich muss auch links noch einen Katapult errichten. Hier hat es allerdings jemanden erwischt. Komm mit. Komm wieder zurück. Ich hoffe mal, die linke Flanke wurde auch nicht angegriffen. Sieht alles gut aus. Ach, hier habe ich auch noch einen Katapult. War ich die ganze Zeit blind? Blöd? Beides? Neuer Tag. Wir haben es geschafft. So Leute, das war es mit Kingdom Classic. Lasst ein Abo da, wenn es euch gefallen hat und ihr keine neuen Videos mehr verpassen wollt. Und ja Leute, morgen um 14 Uhr gibt es eine neue Folge. In diesem Sinne, habt dann noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Ciao, ciao.